Wir von Digitalstadt Bergen befassen uns mit digitalen Lebenswelten der Bevölkerung. Hier im CityLab tun Junge in Workshops, Seniorinnen oder die ganze Besuchende Schar und sagen uns, was sie für Bedürfnisse haben, morgen und übermorgen an die öffentliche Hand. Wir machen das, weil wir den Servicebeblick von morgen im digitalen Zeitalter gestalten wollen. Und hier ist unser Labor. Und die Forscherinnen und Forscher, das ist der Weltkrieg selber. Also kommen wir zur BA, kommen wir zu CityLab Band. Segen wir uns, was wir uns wünschen für unsere Zukunft.